Auch in den Kampf ist einsteilen. Und wir sind hier unbeheuernd vorzuhabilisiert. Einwändige versuchen auf dem Weg an die Stütze der Nahungskette, das heilische Revier unserer Wiesens zurückkehren. Dies müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Werden überwenden, die Schädel, sollen wir sonst bereit für den Kampf und überwenden, die in den Weg steht. Einwändige, macht euch bereit für einen Kampf, den ihr nie wieder vergessen wollt. Wir nennen euch hier, was es heißt, wir richten uns Riesons anzulegen. Auch in den Kampf ist einsteilen. Die Schädel- Vielen Dank.